Ich bin hier. 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 Ich bin hier vor allem hier. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. LB! 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 Die hat es wohl nicht so weggeschafft. Eigentlich waren es mal 5 Survivor. Jetzt schon. Crazy. Die lernen mega. Hier. Okay, aber nicht so was. Ah, okay. Die sind alle da in dem Gebäude unten. Okay. Let's go! Oder besser gesagt, Schlitze go! Oh! Ah, da ist der Generator. Mal gut to know. So. Da unten passiert mal schon was. Dann lieber mal alles zu. Aha. Ah, ich mache Geräusche. Okay. Kann ich auch irgendwas tun? Da ist aber mal die Sicherung. Oh, das ist alles. Wie ein Team. Aber du nicht. Wallah! Da. Haben die der Zaun schon oder was? Uh, die da vorne ist aber rot, ne? Ich habe keine Ausdauer mehr. Ah! Schlitzfuhli! Okay. Okay. One man down. Und da vorne sehe ich ja... ...die nächstes Opfer. Wobei, ich gebe dem Großvater mal klar was zum Saufen, ne? Du schaffst es! Du schaffst es! Immer jetzt ermutigen. Oh! Hab wieder Ebba! Hab wieder Ebba! Ah! 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 Ich kann doch so auf jeden Fall viel Blut sammeln. Dann. Bonjour! Schlitz! Schlitz! Boah, weh! Ah! 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 Ich höre doch, dass ihr wieder... ...angst! Ne, da oder? Ah, ich kann verspärter mal zumachen. Ich kann schon wieder den Ramp herfüttern. Ich kann schon wieder den Ramp herfüttern. Da unten ist doch Lärm im Busch. Ich habe auch einen armen Schlingel. Hat es nicht aus dem Kerl aus der Geschäft. Ich habe die Tür zu. Ah, komm. Nehmen wir gerade mit. Ich stehe bei jemandem da. Ah ja und der Kille ist für Person. Halt mir jetzt doch gerade auf. Hm. Mhm. Ja. 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 Hungriger Hugo. Oh mal leid, scheiß Gerät. Da ist das Ventil irgendwo. Oh nein, da rennt jemand, aber der ist unser oder? Ah. Folgt der da werden, oder? Einfach rennen, was er macht. Löhle, ach schade. Aber wo? Jawohl. Ah, da rennt. Ah nein, der ist unser oder? Aber der hat die gleiche Idee wie mir. Ah nein, das ist nicht unser oder? Warte. Ah, da vorne war grün. Warte mal. Warte mal, da sind sie usse. Warte mal, gleich nimm grün. Kann ich nicht machen. Ich verstehe irgendwo in der Nähe der Sicherungskasten. Ah, der Schwanerschuss zu können. Jetzt sind wir gerade. Bis zum nächsten Mal.